Hi Leute und herzlich willkommen zu einem Stadion-Blog. Heute spielt der Club, also wer es noch nicht weiß, ich bin Club-Fan. Der Club spielt heute gegen die Gäste aus Kiel und ja, ich filme dann ein paar Szenen aus dem Spiel und dann in der Pause sehen wir uns wieder. So Leute, es ist jetzt Halbzeit und es gab Situationen, wo ich mir so gedacht habe, das könnte man besser machen und auch Situationen vom Schiedsrichter, wo ich mir so dachte, nee, das hat er jetzt nicht gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen, außerdem steht es 0-0 noch und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Spiel vorbei ist. Leute, es steht 2-0 für den Sieg. Leute, ihr glaubt nicht, was jetzt noch in den letzten paar Minuten passiert ist. Also, erstens, mehrere Absetzsituationen, wo nicht gepfiffen wurden. Zweitens, 2-2 entstand und drittens, ich habe mir die fucking Kehle aus dem Leib geschrien, weil ich mich so krass aufgeregt habe. Naja Leute, vielleicht funktioniert es ja mit dem Sieg beim nächsten Mal. Also, ich würde sagen, lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und an dich, Philipp, keiner hat die Wette gewonnen. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Ciao! Ciao!